Na alle zusammen, hier ist wieder Otschela und heute wieder für euch in Battlefestland unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein Achievement aus Patch 8.2. Und zwar ist das der Erfolg Kampf gegen die Verderbnis. Und für diesen müssen wir verschiedene verderbte Kreaturen töten. Und zwar immer im Angriff von Entsort, sowohl im Tal der Ewigen Blüten als auch in Uldum. Dementsprechend, wenn dieser Angriff ist, denn nur dann sind quasi die Entsort-Diener da. Und dann können sie auch nur verderbt sein. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt gleich mal zeigen. Und zwar haben wir ja hier eine ganze Palette an Mobs. Das sind fast alle Mobs, die quasi als Entsort-Diener rumlaufen. Ich habe jetzt hier hinten schon einen gespottet. Und zwar hier haben wir einen von diesen verderbten Mobs. Und an was erkennen wir das? Wir haben hier quasi diese Weltuntergangsverkünder, der Kaxir oder wie die auch immer heißen. Und hier haben wir quasi einen verderbten von denen. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er ein bisschen mehr Life hat. Dass er quasi ein bisschen anders heißt. Er hat sich quasi immer vorne noch vorangestellt, verderbt. Und ihr seht, der ist hier einfach so ein bisschen schwarz. Und wir können den jetzt auch mal umhauen. Ich kann euch das zeigen. Also diese Mobs lohnen sich tatsächlich nicht nur wegen dem Achievement zu töten, sondern die lohnen sich auch so umzuhauen. Die droppen nämlich erheblich besseren Loot als die normalen Mobs. Denn wir kriegen von ihnen so Abzeichen. Und zwar diese Andenken. Die ersten paar, die man umhaut, die droppen irgendwie 10 von den Abzeichen. Und wenn man die dann hart farmt, was ich jetzt schon getan habe. Ich habe jetzt heute bestimmt schon 10, 20 umgehauen. Dann droppen sie irgendwann weniger. Da habe ich rausgefunden, der hat jetzt nur noch 1 gedroppt. Aber die ersten paar droppen tatsächlich 10 und irgendwann 5 und dann nur noch 1. Also wo da genau die Schwellen sind, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber es lohnt sich auch, die so zu farmen. So, wo finden wir die und wie kriegen wir diese Mobs? Im Endeffekt könnt ihr die hier ganz normal immer finden, wenn ihr Dailies macht. Es macht aber Sinn, manche zu farmen. Und vor allem es macht Sinn, das zu machen, wenn Uldum ab ist. Also sprich, nicht im Tal das zum Farmen, sondern in Uldum. Denn in Uldum können alle von diesen Mobs sein. Im Tal können nur manche von den Mobs sein. Wichtig ist zu wissen, im Endeffekt müsst ihr schauen, wo sind die Mobs, die ihr braucht. Und wo sind da quasi die normalen Mobs. Zum Beispiel gibt es einen verderbten Gefängniswärter. Hier verderbte Gefängniswärter. Und die können dann quasi an den Spots spawnen, wo die normalen Gefängniswärter spawnen. Im Tal zum Beispiel gibt es keine Gefängniswärter. Die gibt es nur hier und dementsprechend können wir auch nur hier den verderbten Gefängniswärter bekommen. Es ist so, dass manche relativ oft spawnen, verderbte, manche aber selten. Ich habe hier zum Beispiel diese Behüter, der hier jetzt rumläuft. Da gibt es hier in dem Gebiet, glaube ich, wie viel sind es? Ich glaube meine sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nee. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, da gibt es sieben Stück, genau, ist schon richtig. Und die habe ich über zehn Stunden gefarmt. Heißt, wie farmt man so Mobs? Man haut die normalen um. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Behüter sehen, ich haue die normalen Behüter alle um. Und fliege dann wieder die Runde und schaue, bis die nächsten wieder spawnen. Schaue, ist das ein verderbter? Und dann ist quasi, wenn ein normaler spawnt, haue ich die normalen wieder alle weg, bis ich halt einen verderbten Spawn kriege. So läuft es und so läuft es eigentlich mit allen Mobs. Mehr ist es eigentlich nicht. Das Problem ist, manche Mobs sind halt, wie gesagt, ein bisschen ätzend zu bekommen. Zum Beispiel die Akolyten sind relativ einfach zu bekommen. Die Knochenhauer oder Räuber, Dominatoren, das sind alles relativ einfache Mobs. Die Beobachter, das sind auch relativ einfache. Weil es gibt ein paar schwierige, die so ein bisschen ätzend sind. Und zwei von den schwierigsten finden wir tatsächlich hier in Uldum. Und zwar sind es einmal die Behüter und einmal die Gefängniswärter. Diese beiden Mobs sind nicht im Tal vorhanden. Und die gibt es hier auch nur sehr begrenzt. Diese Gefängniswärter gibt es nur eine Handvoll hier in der Base. Und die Behüter, wie gesagt, gibt es halt insgesamt sieben Stück hier. Und da das halt auch Elite-Mobs sind, dauert es einen Ticken länger, die umzuhauen. Wenn ihr jetzt genau die Positionen haben wollt, gibt es quasi hier auf www.head einmal alle Mobs. Und da kann man auch die Positionen anschauen. Das werden wir uns nachher auch durchgucken. Für die Leute, die sagen, okay, mir fehlen jetzt nur noch zwei. Ich brauche jetzt nicht alle hier mit ihrem Video durchschauen. Könnt dann quasi an der Stelle ausschalten, sobald ich die durchgucke. Ich will jetzt aber noch ein paar Tipps geben für die Mobs. Und zwar, wie ihr sie einfacher findet. Manchmal sind sie ein bisschen unscheinbar. Vor allem die kleineren Mobs, man sieht sie nicht sofort. Ich habe da einen Add-on für. Und zwar eins, was ich schon, ich glaube, seit Burning Crusade drauf habe. Das nennt sich NPC-Scan. Aktuell nutze ich es eigentlich für fast gar nichts. Aber für eins ist es praktisch. Man kann hier nicht nur Rares für Achievements und bestimmte Rare Mobs suchen, die allgemein mehrere Leute brauchen, sondern man kann hier auch Mob-IDs von irgendwelchen Mobs eintragen. Heißt, ich kann halt durch eine Zahlenkombination und jeder Mob und jeder Gegenstand in WoW hat eine bestimmte ID. Und wenn ich diese ID weiß, dann kann ich die hier eintragen. Ich füge einfach die Nummer zu, füge die hier ein und dann liest er das quasi aus und weiß, okay, das ist der verderbte Akolyt oder das ist der verderbte Assassine. Und ich habe zum Beispiel hier auch noch diese Elfenbeinwolkenschlange oder dieses Flinkhoof eingetragen, die ja so durch andere Add-ons nicht getrackt werden. Und so kann ich quasi, egal was es ist, mir tracken. Und sobald es in der Nähe ist, habe ich mir halt einen Alarm eingestellt. Dann flackert mein Bildschirm auf beziehungsweise was dann halt noch passiert ist, dass ein Sound kommt. Und dann weiß ich, ah, okay, da ist einer. Und dann kann ich ihn quasi antargeten. Ich kann mir da ein Makro machen oder ich schreibe einfach verderbt oder in, also tar verderbt und habe dann den Target und kann ihn umhauen. Weil oft fliegt man ja irgendwo durch, schaut es vielleicht nicht jeden Mob an, die sind meistens relativ klein. Und so ploppt es auf und man hat einen Hinweis. Da muss ich sagen, das hat mir sehr weitergeholfen. Das kann man nicht nur für das hier nutzen. Was ist mit dir, du blöder Wurm? Ich hasse es. Ich hasse diese Würmer. Vor allem, wenn man gerade ein Menü oft hat. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Nutzt das und fliegt immer, wenn ihr Worldquests habt, hier mal so ein bisschen über das Gebiet. Schaut, ob irgendwas da ist. Und dann, wenn ihr die meisten von denen habt, also ich würde sagen, zwei Drittel von denen braucht man nicht aktiv farmen, sondern die kann man ganz bequem einfach nebenbei mitnehmen. Und sobald ihr dann nur noch so ein Drittel von den Mobs habt, würde ich sagen, farmt das aktiv und schaut, dass ihr die schwierigen holt. Und zwar sind das wirklich die, die hier in Uldum sind. Und da kann ich euch jetzt mal, können wir jetzt einfach mal die Dinger durchgehen, wo die sind. Das ist auf WoW-Head relativ schön. Übrigens, falls ihr die IDs sucht, die ihr eintragen wollt, hier war einer so fleißig und hat die rausgesucht. Ich werde das nochmal in die Infobox kopieren, aber hier könnt ihr einfach für die einzelnen Mobs die IDs raussuchen. Die ID ist wurscht, ob das Englisch oder Deutsch ist. Das ist die Mob-ID und die Sprache ist dabei irrelevant. Also einfach die Zahl quasi davor mit rauskopieren. Das werde ich euch dann aber auch nochmal extra in die Infobox packen, dass ihr jetzt nicht unbedingt auf WoW-Head switchen müsst. Aber wie gesagt, Credit gilt dem Typen hier. Der hat die rausgesucht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr die raussuchen könnt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf einen Mob gehen, dann haben wir hier, also wir haben jetzt den verderbten Akolyt, können wir hier auf, ach nee, das ist links, wo war das? Ach ja, hier muss ich, nee, wo war denn das? Eigentlich konnte man hier immer die IDs raussuchen. Tags. Okay, die haben das anscheinend geändert. Markup Tags. Eigentlich war das das immer. Jetzt muss ich mal gucken, ob, wenn wir das jetzt hier, ah, okay, ja. Die haben das ein bisschen geändert. Seht ihr, wenn ich da drauf drücke, dann habe ich automatisch das rauskopiert, also ich muss nicht nochmal das kopieren. Das habe ich jetzt anscheinend auch schon länger nicht mehr gemacht. Früher, wenn du da drauf geklickt hast, kamen die ganzen verschiedenen Zahlen und du musstest die noch manuell kopieren. Hier drückst du einfach nur auf Link und dann hast du ihn quasi schon rauskopiert. Okay, habe ich selber mal wieder was gelernt. Genau, jetzt können wir hier einfach mal reingucken. Und zwar sehen wir hier, wo die Akolyten sind. Und hier seht ihr schon, die sind eigentlich hier fast im ganzen Gebiet. Akolyten werdet ihr auch relativ schnell zusammenbekommen. Ja, also da müsst ihr nicht groß rummachen. Selbiges gibt es natürlich auch nochmal im Tal. Da sind sie halt hier oben hauptsächlich. Wenn, wie gesagt, wenn euch das zu schnell geht, ihr könnt hier auch selber, ich werde euch das Meta-Ding hier einmal verlinken in der Infobox und dann könnt ihr alle schön nochmal anklicken und kommt dann quasi auf die Links, die ich hier habe und könnt euch das dann angucken. Genau, dann haben wir jetzt die verderbten Assassinen. Das sind so Schurken. Die haben wir tatsächlich nur im Tal und die meisten sind hier unten. Hier oben gibt es auch ein paar. Ich habe meins aber hier unten gefunden. und ich habe hier einfach diese Assassine immer wieder gekillt und die kamen nach einer Weile. Das ist schon ein bisschen ein schwierigerer, würde ich sagen. Dann haben wir die in Haupter. Die sind einmal im Tal hier oben. Da sind die meisten von den selteneren Mobs tatsächlich. Und in Uldum haben wir sie hier und auch hier überall. Also das ist auch ein leichterer Mob zu bekommen. Dann den nächsten, was wir haben, sind die Blutsucher. Es gibt so Elite-Mobs, die heißen auch so ähnlich. Das sind aber die falschen Blutsucher. Das war, glaube ich, so ein Hai. Und der ist hier im Wasser und ihr müsst wirklich hier diese Gewässer einmal absuchen und da sind diese Blutsucher drin. Das ist ein bisschen kacke und die gibt es auch nur in Uldum, wie ihr seht. Also die gibt es nicht im Tal. Also da quasi einmal hier in der Küste so lange rumfliegen, bis ihr die findet. Und wie gesagt, da ist das NPC-Scan-Ding praktisch, weil die sind teilweise tief im Wasser drin und die sieht man dann echt schlecht, ob das ein Corrupted Mob ist oder nicht. Also ich würde euch das echt empfehlen, mit einem Add-On zu machen. Dann den nächsten, was wir haben, Knochenhauer. Das ist ein Fisch und der ist natürlich hier überall in den Gewässern drin, im Tal, aber auch in Uldum. Und zwar, wie ihr seht, hier komplett die Flüsse runter. Also, ja, der geht eigentlich auch. Dann den, ups, jetzt habe ich hier einen zugemacht, geschlossenen Tab wieder öffnen. So, den Räuber, das ist einer der leichtesten. Der ist hier überall im Tal. Also ihr seht schon, an dem kommt er fast nicht vorbei. Und in Uldum sieht es halt im oberen Bereich ähnlich aus. Also das ist einer der ganz leichten Mobs. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Dann der Dominator, selbiges. Hier ist er im mittleren Teil ziemlich vertreten. Und, ja, aber ich meine, den habe ich im Tal auch gesehen. Hier wird jetzt nur angezeigt, dass er in Uldum ist. Ich meine, ich habe den im Tal auch schon gesehen. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Dann den nächsten, Verdammnisverkünder. Ja, ne, brauchen wir nicht sagen. An dem kommt er eigentlich quasi auch nicht vorbei, hier im Tal. Und, ähm, im Uldum ist er ein bisschen selten, aber auch fast an, an allen Positionen vertreten. Also der ist eigentlich auch nicht, nicht sonderlich schwer. Den nächsten, äh, die Fleischbässt hier. Also, den, teilweise jeden Tag, wenn ich Dailies mache, kriege ich ein, zwei von den Fleischbässtchen und von den Blubs. Also da brauchen wir nichts sagen. Der ist überall quasi. Und im Tal sieht es halt ähnlich aus, ne. Also, Fleischbässt hier ist ziemlich gut vertreten. Das nächste, was wir haben, ist der Gefängniswärter. Und hier seht ihr schon, es gibt hier vier, äh, Spawnpunkte. Und das ist nur in Uldum. Also, der Gefängniswärter ist so Top-Tier, würde ich sagen. Den gibt es am aller, aller seltensten mit dem Behüter. Das sind die zwei schwierigsten Mobs. Hier wirklich an vier Spots, ähm, hier einmal, quasi in dieser Stadt. Da kann man einfach die Kreise fliegen. Wenn man da ein paar Mal rumgeflogen ist, weiß man auch, okay, da und da spawnt er. Und dementsprechend einfach so lang umhauen, bis man einen von den Verderbten hat. Das nächste ist der Gedankenfresser. Ja, gut, der ist, bei dem sieht es ähnlich aus. Der ist auch hier fast überall, oder kann überall sein. Und hier dementsprechend, ähm, auch in Uldum ist er ziemlich vertreten. Dann haben wir hier, jetzt kommen wir an zu einem seltenen. Das ist die Nestwache, oder, äh, Verderbte Wache. Quasi von diesem, ähm, Neff irgendwas Nest. Genau. Und das ist tatsächlich nur in Uldum und nur in diesen paar Spots hier unten. Also, mit der Assassine ist das hier quasi so ein guter Farmspauler. Also die Assassine und diese Wache kann man hier ganz gut farmen. Genau. Im Tal ist es gar nicht der Fall. Ähm, den Beobachter, den haben wir in beiden. Das sind diese Augen, die stationär sind. Der ist hier quasi überall im Tal und auch, ähm, hier, ne, vertreten in, ähm, in Uldum. Und ich würde ihn auch, wenn ihr noch nicht habt, hier farmen, weil da sind sehr, sehr viele auf dem Punkt, ne. Im Tal sind sie halt sehr verstreut. Das nächste, was wir haben, ist die Vollnis. Ja, das ist eigentlich den Mob, den ich vorhin meinte. Der ist so gut wie immer da. Und im Tal, da ist anscheinend sogar nur eine Vollnis. Okay, interessant. Dann das nächste, was wir haben, ist der Beschwörer. Den haben wir nur ein paar Punkten hier. Den hatte ich aber auch relativ zügig, muss ich sagen. Und im Tal soll der anscheinend nicht sein. Den nächsten, was wir haben, Taumaturk, äh, der ist hier unten. Einmal komplett wieder in diesem Nest quasi. Und der war aber auch im Tal. Und zwar, wie ihr seht, hier auch wieder bei diesem Grabmal oder dieser Grabstätte. Also da sind da im Tal die tatsächlich die meisten seltenen Mobs. Den nächsten, den wir haben, ist der Gedankenräuber. Den haben wir quasi hier im ganzen Flussbereich rumlaufen. Den kriegt man relativ zügig. Okay, der ist anscheinend auch nicht im Tal. Und dann haben wir hier noch den Peiniger. Das, ja, den habe ich auch lang gesucht. Es gibt nämlich so auch einen Elite-Mob, der Peiniger heißt. Das ist er aber nicht, sondern das sind so Quallen, meine ich, die quasi auch was mit Peiniger heißen. Und dementsprechend gab es da eine Verwechslung. Da haben viele Leute gerätselt, auch hier müsst ihr quasi unten im Meer rumschwimmen und diese Quallen suchen. Also da muss man echt ein bisschen gucken, tatsächlich. Wie gesagt, auch mit NPC-Scan macht es Sinn, sowohl den Hai als auch die Quallen einmal da suchen. Und, ja, ich weiß nicht, ich bin da schon eine Weile rumgeflogen. Ich habe immer wieder hier die Mobs gekillt und dann hier wieder die Sachen abgesucht. Da sind auch tatsächlich nicht so viele Spieler, die die Mobs töten. Deswegen müsst ihr das größtenteils selber machen, um die Neuen triggern zu können. Genau. Und was haben wir als Letztes noch? Den Behüter. Genau, das ist das, was ich meinte. Da gibt es halt genau sieben Spots. Es laufen quasi, einer läuft hier so rum, einer läuft hier so hoch, dann stehen hier zwei vor den Obelisken, zwei stehen hier vor der Pyramide und einer läuft hier rum. Und das ist, wie gesagt, der beschissenste von allen, der Behüter. Deswegen werden wir vielleicht den noch mal einmal abfliegen. Und zwar fangen wir da vorne mal an. Ich meine, der Respawn waren fünf oder sieben, ne, sechs oder sieben Minuten, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Behüter farmt, es stehen halt hier zwei rum. Also hier sind wir jetzt gerade, ne? Da stehen zwei Behüter rum. Dann fliegen wir hier ein Stück weiter hoch. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ich habe die, also weit über zehn Stunden habe ich die umgeklopft. Das war mit Abstand der Mob, wo ich am meisten Zeit rein investiert habe. Dann haben wir einen, der läuft hier quasi den Weg so lang und dann haben wir hier oben zwei stehen. Ich habe es oft so gemacht, dass ich den hier unten hier hergezogen habe, die beiden hergezogen habe, dass ich sie cleaven kann. Die haben halt zwei Millionen live, cleaven auch so ein bisschen raus, aber die hauen jetzt nicht so stark rein, dass das geht, ne? Und das Letzte, was wir dann noch haben, sind quasi noch zwei, die einmal da unten in der Stadt rumlaufen und zwar patrouillieren die die Wege hoch und runter und die kann man dann halt auch noch mitnehmen. Ich hatte jetzt die Woche das Glück, dass ich angefangen habe zu farmen und so nach zehn Minuten hatte ich ihn dann und dann habe ich jetzt gestern, oder ja gestern hatte ich dann auch noch mal einen von den Verderbten gesehen und ich weiß nicht, die vor zwei Wochen, wo ich das so hart gefarmt habe, ich habe die halbe Woche nichts anderes gemacht und ich habe sie nicht gekriegt. Also ich weiß nicht, ob sie auch verbackt waren oder ob ich jetzt dann einfach nur richtig Lack hatte die Woche, aber dann habe ich sie doch noch einheimsen können. Genau, also hier läuft einer rum und hier hinten läuft einer rum. Das war es eigentlich soweit mit dem Achievement. Wenn ihr Pech habt, werdet ihr da einiges in Zeit verwenden. Ich würde euch empfehlen, tragt die in NPCs gerne ein, macht ganz normal über die nächsten Wochen, Monate eure Dailies und ich denke mal, so nach und nach werdet ihr die meisten einfach nebenbei bekommen. Dann müsst ihr gar nicht so wie ich Hardcore farmen und habt das vielleicht ein bisschen angenehmer. Naja, das war es mit dem Achievement Guide. Mehr kann ich dazu tatsächlich euch nicht raten und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück als ich. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.